Leute, heute ist Weihnachten und Geburtstag. Naja, nicht ganz, also fühlt sich aber fast so an, denn heute ist der Rest von der Lieferung für mein Frühlingsprojekt gekommen, nämlich tatatata. Der Skimmer ist da, man mag es nicht glauben. Corona sei Dank kriegt irgendwie keinen Shop mehr hin, in vernünftiger Zeit zu liefern. Ich habe jetzt auch nur vier Wochen darauf gewartet und ich habe auch nur in drei Shops bestellt. Und einer hat gestern geliefert und der andere heute. Also, komisch. Also, was heißt das? Ziel für diesen Sommer ist es, diesen schönen Skimmer hier an unseren Framepool zu bauen, so dass wir diesen blöden Einhängeskimmer nicht mehr da reinbauen müssen, wo dann ständig die Kinder davor stoßen, so dass er schief hängt, wo ewig der Dreck wieder ins Wasser gespült wird, wenn die Pumpe aufhört zu laufen und das ganze Zeug. Die Herausforderung ist, der Klotz hier ist für Stahlwandbecken gemacht, also die gibt es nicht für solche Folienpools. Ich habe das aber im Netz gesehen, ich glaube in Amerika wird das häufiger gemacht, aber ich glaube in Deutschland haben es auch schon Leute gemacht und ich will das jetzt auch mal probieren. Im allerschlechtesten Fall ist die Folie kaputt und ich hoffe es gibt keine Überschwemmung. Ich glaube aber das geht. Die Folie ist ziemlich ziemlich robust, das hält die aus und ja. Also, wenn euch das interessiert, was ich hier mache, dann bleibt ihr jetzt dran. Nach dem Intro geht es weiter. Ja, schön, dass du noch dabei bist. Ich bin der Micha vom Poolbauer Blog und hier in meinen Videos erzähle ich meine Erfahrungen mit dem Frame Pool, den wir hier im Garten stehen haben. Davor hatten wir so einen Quicker Pool mit so einem Luftring obendrauf und ich versuche hier einfach zu zeigen, was ich für Sachen mache und meine Erfahrungen zu teilen. Falls du dich für so einen Pool auch interessierst oder vielleicht selber einen hast, dann ist vielleicht auch was Interessantes für dich dabei. Insofern bist du hier genau richtig. Ja, wie erwähnt, Projekt für diesen Sommer ist es diesen Einbauskimmer an den Frame Pool zu kriegen, der natürlich eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Und ja, wie ich das alles mache und ob das alles funktioniert, seht ihr hier in diesem Video jetzt gerade. Ich denke, ich muss das halt so ein bisschen zusammenschnipseln, weil das auch nicht alles in einem Zug geht. Ja, meine Hauptsorge ist, dass einfach hier viel zu viel Gewicht auf der Folie ist. Guckt euch mal an, was das für ein Trümmer ist, gerade wenn da hier noch voll Wasser steht hier unten. Also so viel ist dann ungefähr Wasser da drin. Dann kriegt das Ganze ein Gewicht. Und um das zu lösen, ist mein Plan, dass ich eben hier unten mit meiner Verrohrung, die ist ja, ich habe ja hier so hartes 50 Millimeter Rohr, das zeige ich euch gleich noch, dass ich damit wirklich bis auf die Erde runtergehe, dass das im Grunde genommen den Skimmer auch mit abstützt und diese ganze Aufhängung sozusagen spannungsfrei macht. Und ja, wir fangen mal an. Ich zeige euch jetzt mal hier das Teil. Also das hier ist die Öffnung. Dann gibt es so eine schöne Dichtung, die ist halt hier so eine Lippendichtung, damit normalerweise kommt das so um die Stahlwand drumherum, damit die auch nicht rostet. Das ist sozusagen die Außenseite. Von der Innenseite kommt dann hier so eine Blende davor. Müssen wir mal gucken, wie rum richtig rum ist. Wahrscheinlich war es jetzt genau falsch. Dann kommt hier so eine Blende davor. Da kommen dicke schöne Schrauben durch. Also hier dazwischen in dem Schlitz, wo ich jetzt durchgucke, da ist halt dann meine Folie hoffentlich. Und damit das Ganze dann auch hübsch ist am Ende, kommt halt hier nochmal so eine Verblendung drauf. So, jetzt sieht man es. Ne, warte, so. Oder? Genau, falsch rum, so. Und ihr seht hier schon, hier sieht man so ein bisschen drauf Min und Max. Und dazwischen sollte das Wasser sein. Und das ist aus meiner Sicht jetzt gerade das Hauptproblem, was wir haben werden, weil wir wollen ja möglichst viel Wasser in dem Pool drin haben. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber bei uns ist es immer ziemlich, ziemlich voll. Schon alleine damit genug drin ist, was rausschwappen kann, wenn die Kinder reinspringen. Und ja, war doch falsch rum. Egal. Und ja, je nachdem, wo ich das jetzt hinbaue, dann verliere ich ja massig Platz in meinem Pool. Also Wassertiefe. Und das will ich nicht. Also ist das Ziel, das Ding so hoch wie möglich anzubringen. Aber dadurch, dass wir hier mit der Oberkante verschrauben, müssen wir auf jeden Fall unterhalb von der Stange bleiben. Und das wird die Herausforderung. Das gucken wir uns mal an. So, dann haben wir hier noch ein Exemplar, ein ganz schönes erwischt. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei bekommen. Einen muss ich blöderweise zurückschicken dann. Das tut mir auch ein bisschen leid für die Shops. Also normalerweise mache ich sowas nicht. Aber das hat mir jetzt so lange gedauert. Deshalb musste ich da mal, naja, auf außergewöhnliche Maßnahmen zurückgreifen. Der hier hat halt hier innen drinne noch so einen Korb. Und netterweise kann man den hier, also der hat so ein nettes Henkelchen auch. Den kann man ganz gut packen. Und er wird eben hier drin verschraubt. Mal gucken. So blind geht das gar nicht so gut. Genau. So rum. Zack. So. Das heißt, wenn die Pumpe ausgeht, schwimmt dieser Korb auch nicht hoch. Das finde ich schon mal mega. Hier guckt so sieht es aus von drinnen. Fantastisch. Dann gibt es dazu noch einen Deckel logischerweise, damit das auch hübsch aussieht. Finde ich ganz gut. Da kann man dann vielleicht auch mal eine Schwimmbrille oder irgendwas drauflegen, was halt sonst ja nicht so einfach geht. Und hier vorne ist dann noch eine Klappe drin. Die Sachen habe ich jetzt alle noch nicht hier, weil die brauche ich erst, wenn es drinne ist und irgendwie funktioniert. Also so aussieht, als würde es funktionieren. Und was ich auch mega cool finde, hier gibt es dann so eine Saugerplatte, die ist halt genau, hat halt genau hier diesen Durchmesser. Da kann ich den Schlauch für den Sauger anschließen und kann das einfach hier reinstecken von draußen. Das heißt, ich mache mir noch nicht mal die Hände nass und kann dann in Ruhe den Pool aussaugen. Und das finde ich echt super, weil sonst, kennt ihr das ja von den Frame Pools, der Ansaugstutzen ist ja da unten. Also so eine, sagen wir mal, so eine knappe Armlänge. Also hier so T-Shirt wird nass, wenn er da rein geht. Und je nachdem, wie kalt das Wasser ist, ist das auch nicht so ganz lustig. Dann musst du dieses komische Gitter abschrauben, dann musst du den Stutzen für den Schlauch da drauf fummeln und so weiter und so fort. Die Kids haben hier einen Spaß. Die freuen sich schon auf den Pool. Ja, ja, was gibt es noch zu erzählen? Also hier, der hat hier unten eineinhalb Zoll Gewinne. Das heißt, hier kann man eben schön mit einer Verschraubung dran und dann diese 50 Millimeter Rohre reinkleben. Es gibt aber auch so Stutzen, die zeige ich euch auch später nochmal, die genau hier reinpassen. Die sind standardmäßig dabei für 32er und 38er Schläuche. Also theoretisch könnt ihr das sogar mit jeder Popelfilteranlage benutzen, auch wenn ihr noch 32er Schläuche habt. Zugegebenermaßen weiß ich aber nicht, ob die dann genug zieht, damit sich hier so ein Skimmer überhaupt lohnt. So, soviel dazu. Ich packe jetzt mal den Pool aus und dann gucken wir uns den ganzen Scherz mal an, wie wir da so zurende kommen. So, oh je. Friseur, Corona-Friseur. Also, schauen wir uns mal an hier. Der Pool ist auf. Ich versuche euch das mal zu zeigen hier. Also, hier ist jetzt unsere Platte und hier ist unser Poolrand. Wasser steht ein bisschen zu tief. Wenn wir das jetzt irgendwo hier unten hin machen, dann seht ihr schon, das ist so tief der Wasserstand. Also, selbst wenn wir das hier oben so befüllen, ist das immer noch ein bisschen wenig und dann ist hier echt schon am Skimmer echt Überlaufgefahr. Also muss das Schätzchen höher, 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 höher. So, und hier ist die Stange da. Ja. Und das ist natürlich, logischerweise, auf der anderen Seite ist halt auch Folie. Das heißt, kriminelle Veranstaltung, meiner Meinung nach, muss der direkt hier drunter sitzen. Und jetzt kann ich den natürlich einfach hier durchschrauben. Das wäre natürlich besser, weil dann muss ich die Folie nicht so, naja, nur hier unten schneiden. Aber, wenn ich hier das zusammenschraube, ist hier natürlich brutal viel Druck drauf. Und wenn ihr euch das nochmal anguckt, was ist denn hier die Platte? Also, das ist die Platte. Wenn ihr euch das hier nochmal anguckt, dann seht ihr, dass wenn die Platte hier drunter muss, dann sind die Schrauben erst hier unten. Das heißt, hier oben drüber, also hier auf dieser Oberkante, wäre halt unheimlich viel Druck. Das heißt, also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was ich jetzt gerade sage, weil das ist echt eine Operation. Ich schneide jetzt hier oben aus dieser Schlaufe ein Stück Folie raus, damit dann der Skimmer, der sitzt ja hier an der Außenseite, damit der Skimmer an diesem Vorderteil von der Folie anliegt. Und ich lasse aber hier drüben auf jeden Fall ein gutes Stück stehen und hier auch. Das Einzige ist, dass ich halt gucke, dass ich eben hier unten an dieser normalen Auslass-Kartusche, äh, wie heißt das, Dingsbums hier an diesem normalen Auslass-Dingsbums vorbeikomme mit dem Skimmer. Ich habe noch eine große Spinne gefunden. Noch eine gefunden? Ja. Gehen wir zur Seite bitte, Matti. So. Also Ziel ist, dass das Ganze am Ende ungefähr so da hängt. Vielleicht sogar noch einen Zentimeter höher. Dass das wirklich direkt unter der, ähm, unter der Stange ist. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. Also los geht's. Ich habe gerade was gesehen. Ich habe Mist erzählt. Ich habe ja gerade gesagt, hier oben, ne, dieser Abstand, dass das so hoch ist, sodass dann an beiden Seiten so viel Druck auf diese Schlaufe kommt. Aber, wenn ihr euch den hier mal anguckt, dann ist das auf der Außenseite gar nicht so schlimm. Das heißt, wir können sogar noch noch höher gehen, weil das ja dann nur von einer Seite, von einer Seite den Druck hier macht und von der anderen Seite ist das hier direkt miteinander verschraubt und zugegebenermaßen das Ding hier ist auch echt stabil. Soll ich das erst mal ohne probieren? Erst mal ohne die andere Seite abzuschneiden? Ich probiere das erst mal. Oder? Ja. So. Wichtig, damit das Ganze zusammenpasst, oben sind die drei Löcher, an der Seite die zwei Löcher. Oben drei, Seite zwei, sonst passen die Löcher nicht. Ich habe überlegt, ich boah jetzt hier von außen mal ein Loch vor, wo das halt hin soll, der ganze Spaß. Und dann drehe ich da direkt eine Schraube durch und dann weiß ich auch, wo die anderen Löcher alle hin müssen. Und da ich ja weiß, dass mein Poolbomben gerade steht, kann ich mich natürlich auch extrem gut an der Stange hier oben orientieren, weil die ist natürlich dann auch gerade. Okay. Nicht in den Fingerschrauben. Herrlich. Ging durch wie Butter. Also glücklicherweise ist diese Gewebefolie relativ unkompliziert. Also das ist, das ist nicht so wie so ein nasser Luftballon, dass ihr hier einen Pieks rein macht und dann explodiert euch der ganze Pool und alles ist weg. Weil das wäre ja viel zu gefährlich, wenn ihr mal eine Katze dran kratzt oder irgendein Kind mal mit einem spitzen Gegenstand irgendwie da dran kommt, dann wäre ja ständig Überschwemmung. Also hier ist ja so ein Gewebe drin und ich habe ja auch da auf meiner Einlassseite eine andere Düse dran. Da musste ich ja auch ein bisschen das ausschneiden. Gut, da ist es nochmal extra verstärkt, aber das ist gar nicht so leicht da durchzuschneiden. Also da passiert nicht so ganz schnell was. Ich hoffe, dass das hier jetzt und gerade auch bei dieser großen Fläche genauso ist. So, jetzt habe ich eine Sache nicht bedacht und zwar mir hilft das ja gar nichts, wenn ich nur den Skimmer und von der anderen Seite die Blende mache, weil dann ist das ja noch lange nicht dicht. Ich brauche hier noch diese Dichtung. Und wie gesagt, die ist ja hier gemacht für den Stahlbandpool und im Netz habe ich gesehen, was ich jetzt auch natürlich machen werde, die Leute haben die auseinander geschnitten. Da hat man nämlich zwei Dichtungen, da kann man die eine von innen, die andere von außen einlegen. Und mein Plan ist es jetzt, ich montiere den, also richtig hier Dichtung eine Seite mit der Blende, Skimmer von der anderen Seite, auch mit der Dichtung und erst wenn das Ding richtig verschraubt ist, schneide ich dann von vorne, also von der Innenseite durch das Loch meine Plane aus, in der Hoffnung, weil mit dem Ziel, dass natürlich die Schrauben oder die Verschraubung so stabil ist, dass die auf jeden Fall die Plane auch nochmal ein bisschen entlastet. Das finde ich entspannter, als jetzt hier irgendwie so ein Viereck einfach frei Hand reinzuschneiden und darauf zu hoffen, dass das an den Ecken nichts passiert. Also los geht's. Jetzt zerschnippeln wir hier erstmal die Dichtung. Achso, was natürlich hilft, ist ein scharfes Cutter. Okay, Thema erledigt. Zwei schlabberige Dichtung. Ist nicht so schön. Hier seht ihr das? Warte mal. Da, so können wir das sehen. Habe ich jetzt natürlich voll schlecht geschnitten. Gucken wir das mal an. Je nachdem, wenn da was innenüber steht am Ende, da muss ich das natürlich wegschneiden. Aber, das kriegen wir schon hin. So, also los. Wir brauchen das und das. Achso, und schrauben. Sieht aus wie Edelstahlschrauben. Ziemlich grobes Gewinde. Schöne Veranstaltung. alles mit dabei. Alles mit dabei. Die und die. So, ja, Schraube, Abdeckplatte, Dichtung, Poolfolie, Dichtung, Skimmer. Schauen wir mal. Schauer. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So eine neue Erkenntnis. Fällt euch was auf, Dichtung, Dichtung, keine Dichtung, also die muss auch richtig rum und dann passt das. So eine neue Erkenntnis. So eine neue Erkenntnis. So eine neue Erkenntnis. So Löcher von innen sind gebohrt, ich Idiot habe aber die äußere Dichtung vergessen. Die hängt nämlich noch hier, also wieder ab. Liebe Leute, er hängt. Im Grunde war es bis jetzt erstmal ganz einfach. Also Position finden, das erste Loch bohren, damit die Schraube durchgeht. Ich habe übrigens fest. So eine andere Erkenntnis. So ein bisschen. So eine andere Erkenntnis. So eine andere Erkenntnis. So eine andere Erkenntnis. Martin, hast du das gesehen? Zwei von drei. Ta-daa. Schwimmt. Dein Hinterkopf ist ja ganz nett, aber so kann man nichts mehr sehen. So. Wie finden wir das? Finden wir gut, oder? So. Ja, das ist schon mal ganz gut. Jetzt habe ich hier schon mal das Kläppchen reingemacht. Das ist hier auf der Rückseite mit einem Schaumstoff. Sieht ein bisschen aus wie Styropor und das wird dann natürlich am Ende auf dem Wasserspiegel aufschwimmen, sodass halt einfach immer genau über die Klappe die richtige Wassermenge rüber fließt. Jetzt, ich gucke mal, ob ich euch das so zeigen kann. So. Na, das schwimmt dann hier so schön auf. So. Nett. Jetzt fehlt noch der Deckel. Ta-ta. Da. Der Deckel ist drauf. Sieht hübsch aus. Achso. Genau. Und vom Wasserstand her, seht ihr, ich mache das mal mit den Händen. Ich habe jetzt gerade kein, kein, äh, kein Sollstock hier. Also ihr seht, das ist ungefähr zwei Zentimeter hier unter der blauen Kante. Ähm, vielleicht vier Zentimeter hier unter dem Loch. Und ich denke, das ist ein ganz guter, tatsächlich ein ganz guter Bereich. Die Frage ist jetzt natürlich, ob es dicht ist, aber wenn man sich hier, ja, warte mal, ich versuche euch das mal anders zu zeigen. Wenn wir uns hier die Dichtung angucken. Hier, dann liegt die halt ziemlich anders. Ziemlich viel Druck drauf. Das war auch echt anstrengend, diese Schrauben da reinzukriegen. Ja, aber es ist trotzdem die Frage, ob es klappen wird am Ende. So, was haben wir noch? Ähm, ja, das hier ist die, äh, Platte für den Staubsauger. Da ist unten so eine Gummidichtung. Und unter der Annahme, dass das Kläppchen zu ist. Dann kann man hinterher, wenn man saugen will, die einfach hier drauf stellen. Und dann zieht die sich halt eben entsprechend ran. Zieht von oben den, äh, über den Saugerschlauch eben das Wasser. Wenn man fertig ist, zieht man den Spaß wieder raus. Und die Pumpe zieht wieder ganz normal das Wasser durch den Skimmer. Und wenn man am Ende fertig ist, dann kann man hier eben den hübschen Deckel drauf machen. Und das war's. So. Fehlt natürlich die Probe aufs Exempel. Aber da ich keine Rohre dran habe, kann ich es jetzt auch nicht wirklich ausprobieren, um ehrlich zu sein. Ähm, das weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt am besten mache. Weil die Rohre muss ich erst noch kleben. Achso. Aber was man sieht, was ganz interessant ist, ich versuche mal die Kamera gerade zu kriegen. Bitte nicht hinten am Zaun, der ist auch nicht gerade. Ähm, wenn das Bild jetzt senkrecht ist, dann seht ihr, dass der Skimmer einfach aufgrund der Neigung von der Folie einfach, also die wird ja nach oben so ein bisschen rund. Und deshalb steht da so ein bisschen hoch. Und jetzt ist halt die Frage, wie verhält er sich, wenn da Wasser drin ist? Wie weit zieht's den noch runter? Aber so viel wird's nicht sein, weil dann, da ist ja auch noch Wasserdruck von innen. Ja, also so viel Bewegung ist da jetzt nicht. Also ich werde auf jeden Fall, denke ich, die Rohre gerade runterziehen. Die kommen dann natürlich, ja, nicht so ganz perfekt raus. Aber da müssen wir durch jetzt. Genau. Ähm. Ja, ich überlege gerade, was wir machen. Irgendwie muss ich das ausprobieren. Also was ich jetzt erstmal als nächstes mache, denn netterweise kommt hier mit dem Skimmer auch noch eine neue Düse. Das ist lustigerweise genau die gleiche, wie ich schon verbaut habe hier. Ich zeig's euch mal. Ähm. Die ist halt ganz schön, weil da kann man hier eben den Auslass verstellen, sodass man da eben eine schöne Rotation hinkriegt. Und das Einzige ist, dass hier die Dichtungen, glaube ich, durch sind. Also was ich jetzt mache ist, ich schmeiß jetzt die Tauchpumpe hier rein und zieh mal ein bisschen Wasser aus dem Pool. Dann erneuer ich noch die neue Düse. Und dann muss ich die Rohre kleben und kann dann ausprobieren, ob der Skimmer auch wirklich funktioniert. Sind wir gespannt. Warte nicht. Gebt's doch mal da hinten. Teil 2 heute. Hat nicht direkt was mit dem Skimmer zu tun, aber indirekt schon. Ähm. Einmal hier die Düse austauschen und die neue einbauen. Ähm. Weil definitiv ja hier die Dichtungen kaputt sind von der. Also das war der Grund, warum das alles leer gelaufen ist. Und das geht alles gar nicht so gut, wie ich dachte. Zumindest nicht mit einer Hand. Ähm. Alles ziemlich festgebacken. Deshalb müssen wir das nochmal mit Werkzeug probieren. Was geht's? Winterstopfen raus. Alles gut. Und Gewinde ab. Warum ich das jetzt mache? Ich zeig euch hier, wie das Loch aussieht. Im Grunde alles halb so wild. Also. Ähm. Um hier diese Düse reinzukriegen. Habe ich die einfach genommen. Habe die über die alte Tülle gesetzt. Haben mit dem Kuli rundherum einen Strich gemacht. Und habe dann vorsichtig am Strich lang ausgeschnitten. Ihr seht, das ist jetzt noch nicht mal sonderbar hübsch gelöst. Und hat aber den Vorteil, dass hier halt, weiß ich nicht, doppelter, dreifacher, vierfacher Durchfluss passieren kann. Und eben wie gesagt, ich kann hier vorne die Kugel, ähm, ja, einstellen. Einmal Pumpe aus, hier vorne ein bisschen das Rad lösen, ähm, einstellen und fertig. Und kann damit eben schön meine Strahlrichtung, ähm, einstellen. Und der Vorteil ist, ich habe hier halt auch wieder ein 1,5 Zoll Gewinde. Das heißt, ähm, hier ist mein 50er Rohr. Ja, hier ist einfach so ein Gewinde drauf gewesen. Ähm. Das saß dann eben so entsprechend dran. Das heißt, ich habe hier eine starre Verbindung. Das Ganze geht hier direkt aufs 50er Rohr. Ich habe hier einen schönen Kugelhahn, um den ganzen Spaß abzusperren, wenn es notwendig ist. Und habe damit einen wunderbaren Querschnitt, ähm, damit richtig viel Wasser von der Pumpe fließen kann. Und sich dadurch eben auch die Fließgeschwindigkeit vom Wasser reduziert und der Pumpendruck halt auch reduziert. Also geht einfach mehr durch. Und, ähm, ja. Das war bis jetzt gut. Was ich jetzt mache, ist, ich setze jetzt die neue Düse ein. Äh, vielleicht mache ich das hier vorher noch einmal ein bisschen sauber. Das war nicht direkt wieder Dreck einklemmen. Und, ähm, was ich dann mache, oder das Problem, was ich hatte, ist, dass ich hier blöderweise eine starre Verklebung dran hatte. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass immer wenn hier mal ein Kind davor gelaufen ist und ein bisschen Bewegung reingekommen ist, dass hier oben das Gewinde sozusagen undicht geworden ist. Und jetzt baue ich hier, jetzt mache ich das anders. Ich weiß noch nicht, irgendwie habe ich Teile bestellt, irgendwas habe ich mir gedacht. Achso, und was ich noch mache, ich habe hier diesen schönen großen Bogen. Der ist gut, hat aber den Effekt, dass dann ziemlich viel Last nach hinten zieht, also ziemlich große Hebelwirkung ist. Was halt auch jetzt für die Folie und, äh, so weiter eben auch nicht gut war. Also hier war immer viel Bewegung und viel Spannung drauf. Jetzt gehe ich direkt mit dem 90 Grad Bogen sehr gerade runter und will dann eben auch nochmal die Rohre unten abstützen, sodass das möglichst gut eben entlastet ist. Ich muss mal eben sauber machen. Hier ist die neue Düse, einmal Vergleich, neu gegen alt, so drei Jahre später. Hier sieht man auch schön, die war vorher auch mal weiß, alles so ein bisschen vergilbt. Die Dichtungen sind auf jeden Fall, ja kein Drama, aber die sind schon ganz schön angegriffen. Klar, wenn es jetzt auch die ganze Zeit feucht war. Also, der Einbau ist wieder eigentlich genau die gleiche Schose, wie wir sie schon hatten beim Ausbau. Na komm schon, wie viel ist denn hier dran gewinnen? So, eine Korkdichtung, zwei Gummidichtungen und in der Reihenfolge bauen wir es zusammen. Dann eine rein, Gummidichtung, Korkdichtung. So, genau. Im Grunde war es das schon. Klar, ich muss sie noch festziehen, bevor ich das aber mache, muss ich erst jetzt mal nachgucken, was ich mir mit meinen neuen Rohren hier gedacht habe und muss Rohre kleben wie ein Wilder. Und wie ich das mache, zeige ich euch dann wahrscheinlich in einem anderen kurzen Video, damit das hier nicht zu lang wird. Hier in dem Video machen wir weiter, wenn ich die Rohre soweit fertig habe und wir das Wasser einlassen. Oder, ja, mehr Wasser reinlassen, sagen wir es mal so. Also bis später. Neuer Tag, neues Glück. Gestern habe ich noch meine Rohre zu Ende geklebt, gestern Abend. Und damit die auch schön, ja, der Kleber auch schön trocknen kann, habe ich mit einem weiteren gewartet. War dann auch echt schon spät. Und, ja, der Grund warum ich hier so komisch hänge ist, dass ich euch jetzt hier zeigen möchte, wie das Ganze aussieht. Vielleicht hört ihr schon die Pumpe laufen. Ich habe in der Zwischenzeit die Folie vom Pool gemacht, die Winterfolie. Ich habe die Poolkissen runtergenommen und habe auch schon einmal ausgesaugt, sodass das ein bisschen ordentlich aussieht wieder. An der Stelle auch, Poolkissen kann ich echt empfehlen. Luft raus machen hinterher ist blöd. Aber das Wasser ist Bombe. Also guckt euch das Auswintern Video vom letzten Jahr an und guckt euch das jetzt an. Die Pumpe läuft jetzt eine halbe Stunde oder so. Ich muss jetzt noch eine Schocklohung machen, aber ich zeige euch das jetzt. Und dann zeige ich euch, wie der Skimmer und die neue Düse aussehen und meine Rohre. Guckt mal. Achtung, jetzt geht es los, jetzt geht es los, jetzt geht es los. Guckt euch das an. Ist das geil. So schönes Wasser hatte ich noch nie nach dem Winter. Nicht zu fassen. Achso, ich habe übrigens ein Problem entdeckt. Ich brauche echt einen neuen Pool. Seht ihr das? Da ist im Winter... Moment, wo sind wir da? Guckt mal, die Stange ist krumm. Da ist im Winter beim Sturm das Trampolin weggeflogen und muss tatsächlich da draufgeknallt sein. Deshalb habe ich jetzt auch das Wasser nicht rausgemacht aus dem Pool, wie ich es normalerweise machen würde. Sondern habe es jetzt einfach ein bisschen aufgefüllt, damit wir hier sehen, ob der Skimmer funktioniert. Aber ich brauche einen neuen Pool, ganz dringend. So, den Skimmer, den zeige ich euch jetzt mal von nahem. So, los geht's. Also, dass das hier so ein bisschen nass ist unten, das ist nicht vom Skimmer, sondern einfach nur vom Einlaufen lassen und so weiter und so fort. Ansonsten ist das Ganze hier echt richtig schön dicht geworden. Und wie ihr seht, läuft das Wasser so wie es soll. Hier ist das Kläppchen. Das schwimmt halt immer automatisch auf und zieht halt schön das Wasser runter. Im Skimmer drin ist der Korb unten. Ich glaube, da brauche ich nochmal so einen Feindfilter, den ich da rein machen kann. Und von außen sieht das Ganze dann so aus. Ist das schön. Ich versuche es nochmal anders. Ich kann es gerade nicht so filmen. So sieht es aus. Von der Seite. Also echt eine feine Sache. Wir gucken nochmal von der anderen Seite. Okay, mein Rost. So, neuer Pool ist eh fällig. Wie gesagt, alles super, alles dicht. Das liegt richtig gut an. Also man sieht hier, der Skimmer hat hier das jetzt richtig rangezogen oben die Folie. Aber ich glaube, das macht nichts. Das sollte man vielleicht nicht zu straff machen. Also schon mit einplanen, dass da noch Material benötigt wird beim Löcherbohren. Aber ansonsten ist das echt Ast rein. Sieht super aus. So, was habe ich noch gemacht? Ihr seht hier unten direkt das Rohr. Ich gehe mal nochmal ein Stück hier rum an der Seite. Ich habe hier halt mein 50er Rohr verklebt und habe das direkt so gemacht, dass das unten aufsteht. Damit habe ich direkt die Stütze für den Skimmer, also auch nochmal wieder Last von der Folie genommen. Aber wenn ich hier dran rappel am Pool, dann sieht man, das bewegt sich so ein bisschen mit, aber es ist gar nicht dramatisch. Das stütze ich nochmal ab mit so einem Gummiplättchen drunter. Dann ist alles super. Hier die alte Schlauchtülle, mit der muss ich mir noch was überlegen. Also hier nicht mehr bei dem Pool, aber ich hätte hier sonst irgendwie ein Stück Schlauch einfach drauf gemacht und mit einem Kabelbinder dann abgeklemmt. Dann kann ich auch innen den Stopfen raus tun. Da passiert nichts mit. Und die neue Düse hat natürlich auch direkt einen neuen Schlauch gekriegt, neues Rohr gekriegt. Und das habe ich jetzt auch so gemacht, dass das unten aufsteht, sodass da eben auch nochmal wieder die Last runter ist. und hier eben auch kein Druck nach unten mehr drauf kommt. Und dann zeige ich euch die auch nochmal. Die sieht halt so aus. Und ich weiß nicht, ob man sieht. Sieht man hier so ein bisschen Dreck? Habe ich zu gut gesaugt. Kommt hier noch eine Spinne vorbei. So, ich halte mal still. Ihr seht, hier ist eine wunderbare Rotation drin. Dass das hier oben noch so plätschert, kann man noch umstellen, indem man halt einfach diese Kugel in der Düse vielleicht noch ein bisschen nach unten stellt. Und dann ist das Bomber. Und das geilste ist diese Druckplatte hier für den Sauger. Die kommt nämlich einfach hier rein. Da muss man... Okay, bisschen doof mit einer Hand. Wie geht das denn mit einer Hand? Das geht nicht mit einer Hand. Ich versuche es mal mit einer zweiten. Zack, Druckplatte drauf. Ich habe jetzt zugesehen, dass der Saugschlauch möglichst viel Wasser schon drin hat. Damit die Pumpe halt auch möglichst wenig Luft ziehen muss. Und wir sehen jetzt hier am Kläppchen. Das schwimmt oben auf. Da kommt kein Wasser mehr drüber. Also er nimmt jetzt das Wasser aus dem Sauger. Und ich muss ehrlich sagen, der saugt tatsächlich besser als er vorher über diesen Stopfen da unten, der da ursprünglich mal drin war, gesaugt hat. Einwandfreie Sache. Ist echt total cool. So, wenn man fertig ist mit Saugen. Dann nimmt man den hier wieder raus. Also wahrscheinlich muss man das machen ohne Pumpe oder so. Ich weiß es nicht. Ja, guck mal. Die ziehen so fest. Das kriegt man nicht raus. Also, was müssen wir machen? Normalerweise ist hier noch unser schöner Deckel. Den machen wir gleich auch noch drauf. So, hier. Thema Smart Home kommt auch noch in dem nächsten Video. Pumpe aus. Druckplatte ab. Oh, die verliert hier ihr Dingsbums. So. Pumpe wieder an. Ab geht die Post. Und nein. Das ist nicht einfach nur eine ganz normale 433 Megahertz Funksteckdose, sondern da ist Smart Home dahinter. Okay, falls irgendjemand weiß, wie man diese Dichtung hier festkriegt, bitte einmal bei mir melden oder in die Kommentare schreiben. Die will nämlich gerne mal rausgehen. Habe ich gerade schon gemerkt. So. Deckel drauf. Feierabend. Ja, also was kann man sagen? Mit dem Skimmer ist eine gute Idee. Also wie gesagt, wir brauchen einen neuen Pool ganz dringend. Das können wir so nicht mehr benutzen, das Ding mit der krummen Stange. Aber ich werde auf jeden Fall diesen Skimmer in den neuen Pool auch wieder einbauen. Das tut einem ein bisschen weh, da an dieser Folie rum zu ritzen. Aber das ist tatsächlich eine echt stabile Veranstaltung. Also, da gibt es überhaupt keinen Grund dran zu zweifeln, warum das Ding nicht halten sollte. Da drüben die Düse auch, die habe ich seit ein paar Jahren. Ich glaube seit zwei Jahren oder so habe ich die schon so. Oder beziehungsweise ich habe die schon zwei Sommer so benutzt. Mit so einem etwas größeren Düsenloch. Und das geht richtig gut. Das ist total cool. Und für die Kleinen ist das schon fast wie so eine Gegenstromanlage. Naja, nicht wirklich. Aber so ein bisschen. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder vielleicht meinen Kanal abonniert. Wie gesagt, als nächstes kommt noch das Thema Pumpenstromverbrauch für ein Jahr. Und außerdem das Thema Smart Home, beziehungsweise Pumpe automatisieren mit unserem Smart Home System. Die Fernbedienung habt ihr gerade schon gesehen. Das ist nur ein Teil. Das Ding ersetzt die komplette Zeitschaltuhr. Ich kann es über das Handy steuern und zwar sowohl über ein Webinterface als auch über die App Telegram. So eine Messenger App. Da kann ich eben auch mit dem Haus reden und unter anderem eben auch mit der Pumpe. Und das gleiche gilt für das Licht natürlich auch. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Also abonniert den Kanal und macht noch einen Klick auf das Glöckchen. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn meine Videos fertig sind. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch so einen Skimmer einzubauen. Ihr habt gesehen, das war gar nicht schwierig. Auch mit den Rohren unten, das war gar nicht schwierig. Und ich bin raus für heute. Macht's gut!